Luis Felipe Monti war ein argentinisch-italienischer Fußballspieler. Karriere Luis Monti war ein Mittelfeldspieler, der im WM-System noch Halbstürmer hieß und begann seine Karriere bei den Boca Juniors. Im Jahr 1924 gab er sein Debüt in der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft, mit der er 1927 die Copa America und 1928 die Silbermedaille bei den Olympischen Sommerspielen in Amsterdam gewann. Mit Argentinien erreichte er bei der Fußball-Weltmeisterschaft ein 1930-DK-Sekunden-Finale, welches er allerdings gegen Uruguay mit 2 zu 4 verlor. Gegen Frankreich hatte er am 15. Juli 1930 das erste WM-Tor der Argentinier geschossen. Im Jahr 1931 wechselte Monti von Argentinien nach Italien zu Juventus Turin. Bei Juve gewann er mit der legendären Mannschaft des Quinqueniodoro zwischen 1932 und 1935 viermal in Folge die italienische Meisterschaft. Die Erfolge bei Juventus führten ihn in die italienische Fußball-Nationalmannschaft. Mit Italien gewann er am 10. Juni 1934 die Fußball-Weltmeisterschaft 1934. Er ist damit der einzige Spieler, der für zwei Nationen ein WM-Endspiel erreichte. Im November 1934 nahm er an dem legendären Länderspiel gegen England teil, das in die Fußballgeschichte als Battle of Highbury einging. Erfolge im Verein Italienische Meisterschaft 1931 32. 1932 33. 1933 34. 1934 35. Coppa Italia 1937 37. 1937 37. In der Nationalmannschaft Campeonato Sudamericano 1927. Silbermedaille bei den Olympischen Sommerspielen 1928. Vize-Weltmeister. Fußball-Weltmeisterschaft 1930. Europapokal der Nationalmannschaften 1933 bis 1935. Weltmeister 1934.